weil irgendwie bist du bei mir weg ne ich komme gleich wieder also das ist manchmal so ein komischer bug ja ok soll ich gleich irgendwie sandris kant yeah wuhu frizzle sein lieblings map ich finde die gar nicht so schlecht um ehrlich zu sein oh so meine hdp voll in staub tja du musstest die halt mal öfters benutzen ich habe die unter meinen schreibtisch äh gepackt unter deinen schreibtisch warum unter deinen schreibtisch wenn ich fragen darf weil ich äh noch ein kind hab und die mal gerne irgendwo rum spielt ach so wenn ich die jetzt irgendwo daneben stelle oder so dann hab ich ein bisschen angst irgendwie dran rangehen ja gut ok das ist ne gute begründung ach komm schon jawoll äh 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 das gibt's doch nicht das war natürlich sehr äh riskant das möchte man ganz kurz auf miut mhm oder ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet ja wie auf der pia mhm scheiß map ja entschuldige gut die erste kritische stelle habe ich weg da stoß ich mir mal gerne den kopf oh 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 nein holy shit nun boah shit heavens äh das war so knapp boah warte was gibt's doch nicht hm 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 da ist da ach komm du bist doch gar nicht im ziel aufzulabern ja hätte ich mich jetzt nicht gerade lang gelegt ja dann wär ich auch zweiter gewesen oder geblieben Sag mal so rum. Komm, fallt mal hin. Nein, nein, nein. So ein Kack. Menno. Das schmeckt. Ich bin dritter Platz wieder. Zwei Fehler, zwei Fehler. 16, 16 Uhr wegen der Zeit, ey. Shit. Ich habe Kernschmelze genommen. Ich habe es. Das haben wir doch gerade eben Schirm gehabt, oder? Nein, ich glaube nicht. Nein. Klar. Nein. What? Weißt du, was ich jetzt gerade gelesen habe? Ich habe... Dein Name hat mich gerade voll an Ellotrix erinnert. Weil... Ich habe... Pass auf, ich habe das HD gelesen, nur noch von dir da hinten. Und das letzte X von dem Charlie. Okay. Weißt du, das stand halt da HDX, so wie bei Ellotrix, weißt du? Lol, 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 lol. Ich bin erster noch. Ja, noch... Noch ist gut. Uäh. Das finde ich nicht... Rück mir vor einer Pelle hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, ich hoffe. Tschüss. Ja, ich meine eher so wie, fall mal schnell hin und so. Nein! Oh, nein! Jetzt... Oh, Smaggy. Fall hin. Zack. Ach, komm. Du cheatest... Ach, komm, ist... Nee, bist aber ein zweiter geworden. Du cheatest doch. Nein, 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 nein. Bam. Aber hey, ich bin gerade noch so zweiter geworden jetzt. Passt schon. Und der ist auch gewertet. Alles Pussis. So, nochmal gucken, wer jetzt dabei ist. Ja, Rating Big Joe ist garantiert nicht mal schlecht. Mhm. Mal gucken. Wenn wir den jetzt abziehen würden, wäre ja genial. Schöne, ich schätze mal. Mhm. Smaggy. Highmoney. Fall hin. Jetzt sofort. Okay, hingefallen. Sauber, so muss das. Muss der passieren. Nein! Nein! Verdammte Scheiße. Jedes Mal dort, jedes Mal. Fall bitte nochmal hin. Ne, wer ist jetzt wieder? Ach, Mann. Nein! Bam. Goldsucher. Kenn ich, kann auch gar nicht. Goldsucher. Klar, wirst du kennen. Nein. Kenn ich wirklich noch nicht. Sieht ja goldig aus, diese Map. Warte, auch Spiegel. Hm. Wie die sich alle drängeln, hier an den ein paar Stellen immer. Das ist der Hammer. Warum bist du ja so spaßt, die... Nein! Ah, scheiße, ich hab mich auch nicht langgelegt. Aber ich merke, du darfst gerne nochmal hinfallen. Hab ich nichts dagegen. No. Ach komm, du willst es doch auch. Ha, verdammt. Damisch. Mann. Packt er sich nochmal lang, ich muss trotzdem die erste hin. Fuck. Na ja, wenigstens dritte. Oh, mach hin, ich muss pissen. Hahaha. Kraftwerk. Bäh. Nee, ich greife einfach nur rum. Äh. Ach, nee. Weißt du, das ist das einfachste Map, die es gibt. Und da lege ich mich mindestens immer zweimal hin. Finde ich gut. Nee, finde ich nicht gut. Gib, gib da mit dem Favorit. Ja, siehst du, der Baum, schon das erste Mal hingeflogen. Tolle Möhre. Ah, scheiße, genau. Was los, Mark? Ich hab's schön gelegt. Nee, aber ich hab... Äh... Zu wenig Speed gehabt. Nein, ich bin auch der dritte. Ja, ich bin vier da. Hahaha. Haha. Alle? Ja. Ich bin lieber bei mir.